Whisky.de Treffpunkt Feiner Geister Herzlich Willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute habe ich den SpaceSite mit 15 Jahren mitgebracht, gerade wieder frisch eingetroffen. Und ja, nicht ganz die erste Abfüllung, aber die zweite Abfüllung der Brennerei. 2011 erschien dieser Single Malt Whisky das erste Mal. Und 2012, jetzt im Mai, kam er das zweite Mal heraus. Es gibt ihn nur in wenigen Ländern Europas und Deutschland hat da eigentlich nichts abgekriegt. Wir sind froh, dass wir ein paar Flaschen ergattert haben. Wenn Sie eine Flasche suchen, greifen Sie bald zu. Wenn Sie dieses Video in ein paar Jahren sehen, dann dürfte es mit der Versorgung von diesem SpaceSite 15 Jahre nicht so schlecht bestellt sein. Was nun das Besondere an diesem Single Malt Whisky, der hat sich den Namen SpaceSite oder The SpaceSite. Reserviert, ergattert. Und darüber habe ich in den Videos vorher, vor allem glaube ich beim Dom Guish, habe ich darüber etwas länglich erzählt. Man hat halt Glück gehabt oder Fleiß, schwer zu sagen, was es immer ist, und konnte sich den Namen SpaceSite registrieren. Und früher warben all die Brennereien in der SpaceSite-Region, das sind praktisch alle die Nebenflüsse zum Space oder alle Brennereien, die an den Nebenflüssen zum Space und am Space selber liegen. Das heißt, deren Wasser in den Space fließt, bevor es dann in die Nordsee geht, die tragen den Zusatz SpaceSite. Und früher gab es eine Brennerei, ich glaube, die wurde 1928 bereits geschlossen und abgerissen. Und der Name war gemondiert herum und die haben wir nun gekriegt. Tolle Sache. Aber sehen Sie sich da die anderen Videos an, da habe ich das genauer erklärt. Das Besondere daran ist, dass wir jetzt das erste Mal einen 15-Jährigen oder das zweite Mal einen 15-Jährigen Whisky aus dieser Brennerei vor uns haben. Ja, und den wollen wir jetzt probieren. Auf der alten Flasche, auf der 12-Jährigen, stand immer drauf, the best Whisky in the world. Und darüber habe ich mich schon mockiert, bei dem Video über den 12-Jährigen, weil es kann den besten Whisky nicht geben, weil jeder Whisky schmeckt ein bisschen anders. Und der eine schmeckt immer einen gut, der andere schmeckt immer alle gut, dann kann es den besten nicht geben. Und so freue ich mich, dass dieses the best Whisky in the world hier verschwunden ist. Was steht da jetzt noch drauf? Ja, einmal dieser Spruch. Es gibt viele Brennereien, die sich den Namen Space als Zusatz geben, aber nur eine einzige, die also diesen Namen tatsächlich trägt. Und dann habe ich doch vorher beim Gucken, ja, hinten drauf gesehen, eine Geschmacksbeschreibung. Und zwar in der Nase, klar und leicht, schön ausbalanciert, Barley Sugar, also Malzzucker, der nicht wirklich drin ist, der schmeckt nur nach Malzzucker. Die Aromen erreichen ihre Sinne, der Geschmack mit ganz leichtem Torfrauch. Ja, den hatten wir bei dem 12-Jährigen auch, der sich mit Anissamen und Nüssen vermischt. Interessant, langer und seidiger Abgang, glorreiche, oder glorious, herausragende Vanille und Butterscotch, also mehr Karamell, weich, leicht und very moorish. Moorish, habe ich auch noch nicht gehört. Das, was mit dem Moor zu tun hat, glaube ich jetzt eher nicht. Ja, jedenfalls haben wir uns hier schon so gut wie offen. Am Korken riecht man auf jeden Fall. Kein Rauch. Und was mir jetzt auffällt, die Flasche hat jetzt ein schönes Relief Spaceside drauf. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob dieses Relief auf dem 12-Jährigen auch drauf ist. Vielleicht auf den neueren. Anfangs, glaube ich, war es nicht drauf. Das war ein ganz klassisches Standard Liquor Bottle. Hat man ein bisschen investiert in die Flasche. Dieser ganz zarte Hauch von Rauch ist tatsächlich auch hier zu spüren. Das macht die Sache ein bisschen aromatischer. Aber ansonsten ist er tatsächlich so rein und leicht und weich, wie er hinten auf dem Etikett beschrieben wird. Und diese ganz leichte Süße ist auch da, zusammen mit der Vanille. Jetzt schauen wir mal, wie viel Alkohol der hat. Der hat 40 Volumenprozente. Denn der Alkohol ist wunderbar eingebunden und sticht nicht in die Nase. Ja, und jetzt merkt man, dass er ein bisschen älter wird. Jetzt kommt die Vanillestärke und dahinter kommen schon die ersten Gewürze. Und zwar diese Nüsse, die angesprochen waren. Ja, jetzt wird er immer schwerer, immer voller. Jetzt zeigt er sein Alte. Ja, und jetzt probieren wir mal. Mein Nies ist gleich zu spüren. Und auch, das ist mehr. Und dahinter kommt jetzt würzige Eiche mit einem richtigen Schlag zur Bitterkeit. Also da merkt man richtig langgereifte Eiche. Und das müssen jetzt europäische Eichenfässer sein. Denn die amerikanischen Eichenfässer, das weiße Eiche, die würden nicht diese starke Tannin-Note bringen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Sherryfässer sind. Oder zumindest dann, wenn, sind es Riefels-Sherryfässer. Die Nüsse, die Gewürze bleiben bestehen. Und diese zarte Bitterkeit nach wie vor hinten auf der Zunge drauf. Der Abgang ist sehr lang anhaltend. Seidig weich, nur im vorderen Mundbereich. Hinten schon noch die zarte Bitterkeit. Hin zum Kaffee. Und ja, trocken ist er nicht. Die Karamell-Note kann man erahnen. Also für mich ist das eine starke Würze. Ja, eine interessante Bereicherung aus der Space-Side-Brennerei. Da sind wir mal gespannt. Irgendwann wird es auch ein 18-Jähriger geben. Da bin ich mir ganz sicher. Wären wir noch drei Jahre warten müssen. Oder 2015 vielleicht. Und wir hoffen, dass Sie genug Fässer zur Seite gelegt haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich, wenn Sie sich für so eine Platte, äh, für so eine Flasche in unserem Shop interessieren. Und wenn Sie jetzt 2012 dieses Video sehen, greifen Sie zu. Noch sind die Vorräte nicht so groß, dass wir Ihnen permanent im Angebot halten werden können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017